Und damit sage ich herzlich willkommen zurück zu Toll Luggles will einfach nur spielen der Chaos Crew Wulle, Skyhawk, Buran und Zwistie. Wieso eigentlich die Chaos Crew? So viel Chaos sind wir doch gar nicht, oder? Oje. Ne, nur ein bisschen. Was mir so nebenbei aufgefallen ist, ist ja auch mit seinen Leuten dran und er hat sie auch Chaos Crew genannt. Das muss am Spiel liegen. Das muss einfach... Aber wir waren die Chaos Truppe. Stimmt. Chaos Truppe. So. Und wir waren für die Spunsch. Genau. Wir haben die Handwerkerstation gebaut. Dank der Handwerkerstation konnte ich jetzt die Schmiede bauen und die Schmiede werde ich jetzt mal hier hinsetzen. Dann kannst du schauen, was du in der Handwerkerstation noch alles herstellen kannst. Ein paar Rezepte müssen ja da noch drin sein. Äh, hallo? Wieso kann ich die nicht setzen? Doch, jetzt geht's. So. Ich kann Amboss fertigen. Ich kann Kochgrill fertigen. Ich kann Eimer herstellen. Einen Schraubstock. Eimer brauchst du dann für die Schmiede Stufe 2, glaube ich. Juhu. So. Und was kann die Handwerkerstation? Heuballen, Kartoffelsamen, Kaffeesamen, Goldroutensamen, Schmelzofen, Blöcke, Deko, Mörser und Stößel, eine Schmiede und ein Schmelzofen, diverse Pflanzen, Kleinstein und Steinvorschlaghammer. Einfach günstiger aus dem Inventar. Mhm. So, und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich auch mal Hunger habe. Ähm. Auf dem Feuer müssten noch zweimal Speck mit Eier sein. Ich würde mir dann mal beide nehmen, weil ich hüttere dann dich wieder. So. Ähm, Quest teilen und Ähm, bin ich jetzt komplett blind. Da war Quest. Persönlich. So. Mit der Gruppe geteilt und dann habe ich noch Handelsroute öffnen. Wo seid ihr denn? Seid ihr unterwegs? Gut, über Swisly rede ich jetzt nicht. Ich stehe eigentlich neben dir. Sehr schön. Ich habe einen neben mir stehen. Ja. Ich nehme, ich habe auch noch eine. Ja. Ja. Hat das mal. Ich brauche halt ein bisschen Reparatur. Keine Zeit. Wer hat denn eine Schaufel? Ist eine in der Waffenkiste. Ah, da ist sie. Also, er ist vergrabene Schätze. Mir egal. Echt jetzt? Ja, das eine ist 340 Meter und das andere ist 267 Meter das Abholen. Apropos Abholen habe ich inzwischen irgendwas dazugekriegt. Ja, einen Punkt. Ähm, was wollte ich denn? Vorschlagämmer für 10% mehr Schaden. Kräftige haben einen 20% niederzuschlagen. Tyrannosaurus geht noch nicht. Schleppen geht auch nicht. Standhaftigkeit. Wahrnehmung. Jetzt ist umschüttelnd. Sehe ich mich auch noch nicht. Schau dir die Skillungen gut an. Weil es hat ziemlich viel geändert. Ja. Gerade was dann die Waffen angeht. Zum Beispiel SMG. Ist jetzt die Intelligenz-Skill. Nicht mehr Maschinengewehr. Ja. Ja, ich gehe jetzt erstmal weiter auf meinen Hammer. Polizei-Schlagstöcke musst du zum Beispiel diese Elektro-Schlagstöcke skillen. Mhm. Also auch Schlagstöcke sind. Okay. Gut. Ja, dann 1, 2, 3. Äh, äh, wer fehlt denn? Buran. Buran? Ja, ich fehle noch einen Moment. Nein, ich bin gerade, ich bin's gerade alles wegbringen hier. Und warte, können wir denn Buran entgegen gehen, wenn wir den anderen Quest machen würden? Nein, der ist auch da hinten in die Richtung. Okay, wie viele Questen habt ihr jetzt? Achso, vergraben. Vergrabene Schätze und abholen. Alles klar, welchen machen wir zuerst? Abholen. Und graben. Nee. Sky-Log hat schon die Schaufel in der Hand. Ah, ah. Okay. Weil ich mir nicht gerne die Finger dreckig mache. Völlig okay. Habe ich einen Hammer. Völlig in Ordnung. Ist euch mal was aufgefallen? Warte mal. Der Server ist noch nicht einmal abgestürzt. Und es leckt auch praktisch nicht. Ja, liebe Freunde von dem Serverhersteller, der mit N anfängt. Was sagen wir dazu? Es ist eine Alpha, das liegt am Spiel. Hund, bogen, geduckt, Angriff. Ich habe ihn getroffen. Gut. Er läuft auf mich zu. Tja. Ach, so einer. Das war der Zweifer gelupft. Ich könnte Kieferchirurg werden. Wir haben auch ein bisschen besser gemacht, was? Ja. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Kann ich mich als Kieferchirurg bewerben? Immer. Was? Ich wollte gerade sagen, warum kann er dein Besten fehlen? Moment, da kommt noch einer. Hoi. Da ist eine Sonne, einer. Boah, hast du das. Trist du den? Da kannst du den. Hallo, springe ich nach die Gegend? Wisst ihr was? Vielleicht rennen wir besser hin, bevor wir 100 Pfeile hier am Boden reinziehen. Du hast auch komische Vorschläge. Ja, du hast die Vorschläge. Da hast du gesehen? Das war dein Vorschlag. Ja. Okay, Schaufel in die Hand. Und Quest aktivieren. Genau. Alle da? Jo. Ja. Alles klar. Ich frage mich, ob wir für die Schaufel ein Reparatur-Kit haben, wenn wir eins brauchen. Das ist mir nur so gerade eingefallen. Ich habe keine mitgenommen. Sky, hast du welche dabei? Nein. Okay. Hätte ich dem Ziel nähergekommen. Bulle, geh mal in die Hocke. So für den Erstangriff per Fernkampf, wenn hier was auftaucht. Aber ich glaube, das bringt nichts, ne? Weil die ja Agro auf uns sind, wenn die auftauchen. So oder so. Und meistens sind sie zu schnell. Wir sind nähergekommen. Noch nichts. Jetzt höre ich was. Ah, jetzt. Weil Kevin ist da hinten. Nicht mehr. Der arme Kevin. Entschuldigung. Ah. Den brauchst du keinen Aspirin mehr zu geben. Okay. Die nächsten. Ich sehe nur nichts. Ja. Die im schwarzen Kleid, der gehört mir. Die lasse ich auch ein bisschen. Na komm. Na komm. Naja. Und aus Westen kommt Grieche. Nur ich warte halt bis die kommen. Richtung Süd. Nur wenn sie denn kommen. Na die gehören nicht dazu. Komm. Ich lehne mich mal wieder hier an den Baum und warte. Mhm. Ja. Boah. Jetzt so ein Döner. Mhm. Genau. Genau. Und ein Eimer Wasser für die im Loch. Ich könnte ein Energy Drink runter geben. Ah. So. Jetzt sie wieder. Ah. Hier. Es ist Bill. Autsch. Noch irgendwer? Nö. Nee. Graben, Alter. Äh. Ja, aber nicht mehr lange. Egal. Kann nicht mehr viel sein. Also jedes Mal, wenn einer von euch da den Schatz rausholt, dann gibt es wieder eine Welle, ne? Ja. Ja, richtig. Deshalb. Mach mal immer noch schön einzeln. Will irgendjemand eine Mistkabel als Waffe? Nein, haben wir schon zwei Stück. Ich habe eine Mistkabel als Waffe. Äh. Ich kann nicht mehr. Ich hab dir meine schöne Axt abgegeben. Was brauchst du zum Reparieren? Ein Reparatur-Kit. Genau. Tja. Ich hacke immer um. Was mit den Worten? Oh je, oh je. Schlecht gebuddelt. Schlecht gebuddelt. Sky. Wie ist das? Wir kommen hier gar nicht mehr so schnell raus. Im Falle des Falles. Okay, hier passt es. So, wo ist er? Kann er mal schulher sein? So, wo ist er? Hand den her. Okay. Was? Sammel du die Pflanzen. Mach ich grad. Aber denk dran, nicht zu weit weg gehen. Nicht zu weit, nicht zu weit raus. Komm rein, komm rein. Naja, ich sehe sie da hinten. Okay, warte. Uran? Ja? Du machst grad ziemlich Hurricane auf dem Mikro. Danke. Ups. Nö, ist es in Richtung Buran gefallen. Ah ne, du hast Stein, oder? Buran, grebst nicht zu tief? Ja? Ja? Hier. Hier. Achtung, da kommen sie. Und nicht grad wenig. Oh, von allen. Oh, 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 oh. Äh. Das wird, das wird hässlich. Das wird sehr hässlich. Das wird sehr hässlich. Das wird sehr hässlich. Ja. Ja. Ich auch. In der Wildnis kein Problem. Ne, ne, war noch was. Alle am Leben? Okay. Ja. Mehr oder weniger. Ich bin verstrahlt. Ich hab tiefe Schnittwunden. Okay, ich hab's jetzt gefunden. Ja, der erste, ja. Okay. Da kommt der nächste, Kevin. Warte, den mach ich im Hammer. Ja. So. Wolle, Vorsicht, nicht zu weit weg. Noch nicht mit der Waffe. Erst wenn mehrere kommen. Ich hab erst, ich hab erst. Jetzt. Achso, das war doch gar nicht der Schatz. Das war nur der kleinere Kreis. Was? Wow. Echt jetzt? Oder, Buran? War das der Schatz? Buran? Hör dich nicht. Wir stehen gerade knapp davor. Sky, könntest du mal hier raus, bitte? Wir haben dich nicht gehört. Deshalb. Ich weiß, ich hab mein Mikro abgestellt. Ja, Entschuldigung. Das... Das macht nix. So, super. Das muss ich erst mal reparieren jetzt. Warte. Hattest du deinen Schatz? Jetzt komm her. Wie, Sky. Hast du was zum reparieren? Dann rein in die Kiste. Ich hab... Ich hab... Wir haben ja gerade den Raum abgeführt. Hier. Super, dann schmeißt du es da unten rein. Also, ich glaub ich spinn. Ja, warum kommt er da nicht... Nee, aber warum kommt er da nicht mit rein zum Pütteln? Dann wären wir hier viel schneller fertig. Ja, weil wir gerade hier... Achtung, da kommt der Nächste. Na ja, beim Händler könnt ihr gegen Geld reparieren lassen. Alles. Ja. Wenn... Wenn du schon die Leute unten haust, dann solltest du auch ganz kaputt. Ja, danke. Komm her du. Okay, weiter geht's. Ja, wenn ich hier so weiter putze, bin ich gleich in China. Ja, vielleicht mehr zur Seite hin. Danke, Schatz. Nicht so tief. Na, wenn du oben guckst auf 0, hier, hier an der Stelle. Achtung. So, jetzt seid ihr dran. Auf geht's. Warte, warte. 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 Weißt du was wir gefunden haben? Grundgestein? Nein Doch wir haben Nitrat hier gefunden gerade Das ist ja nicht wahr Nimm Antibiotika um die Symptome zu heilen Ja hab ich halt nicht Tja Hat er hier? Oh ne das nützt dir dafür Nein den hab ich selber Hier muss er sein Da ist er Warte mal Lass uns erstmal einen Weg Lass uns erstmal hier einen Weg rausfinden Damit wir schnell nach oben kommen Abwürfe aus der Luft Neuer Tagebucheintrag Ich hör wieder wat Oh Guck mal Moment da kommt noch eine Die abseits wir geputtelt haben Ja affirma Ui Warte 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 Er hat auch noch einen dickeren Und da hinten ist vor allen Dingen noch ein Roppe. Jut, jut, der hat Kopfschmerzen. So. Jetzt nicht mehr. So, wer geht, klar, wer... Ich würd... Mhm, was. Jut. Warte. Lass ihn kommen. Lass beide jetzt kommen. Sky, aufpallen, rechts neben dir. Aua. Arsch. So, darf ich? Bevor mir nämlich jetzt gleich der Lebenssaft ausgeht. Okay. Alle bereit? Hier ist noch ein Kriecher. Mach. Wo? Drei, zwei, eins. Go. Ja. Ich nehme alles hier raus. Da kommen sie. Komm. Nach oben. Von oben kommen welche. Nimm den Airflug mit nach Hause. Ja. Oben, hinter euch. Wunderbar. Guck mal, das sieht doch cool aus. Das sieht doch cool aus wie die Zutze. Herrlich. Ist keiner drinne? Mein lieber Schwan. Hier kommt ein Kriecher. Ja. Hier, hier. Dicke. Ein Kriecher. Kevin. Dicke. Und die Zutze. Die Zutze. Okay. Dicke. 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 L kommt noch. Achtung, L. Ja, ja, da gehört's noch mit. Ich geh schon mal runter, oder? Ja. Mach das. Ei, der schaut ja schlecht aus. Ich brauch gleich dringend Honig oder Antibiotika. Ja, mach. Ich hab weder noch. Achtung. Jetzt. Boah. Ich hab' mich raus. Ja. Andere Seite kommt noch. Hey. Na, doch nicht die Kleinen. Ihr Fudnikker-Männchen. Pass auf, pass auf, pass auf. Sag mal, Sky, hast du alle Patronen mitgenommen, oder was? Nee, die hab' ich die ganze Zeit gesammelt. Hm? Aha. Cool. Ich hab' So, der letzte. Ich hab' meine... Ja, wer war noch nicht unten? Also, ich... Ich hab' so immer 40, 50 Schuss dabei gehabt. So als Oh-Shit-Moment. Weil, sterben ist hier verdammt teuer. Oh, der letzte. Na, ja. Oh. Oh, der letzte. Oh. ja ich versuche das da aktiv an aus genau vielleicht finde ich da medic wenn ich dann halt nicht dreieinhalb prozent verstrahlt ja ich habe keine achst er gibt aber kein honig ja den honig muss also die honig wabe muss zu honig machen genau also zweimal honig habe ich schon dabei gut also zwei zweimal waben aber ob dir das jetzt lang den waben ein glas den wagen glas am lager genau am lager ich habe jetzt ein buch gekriegt das heißt handfeuer waffen fertigkeitsbuch dass ich keine benutze und 25 guck mal hier steht ein fünfer in e 34 so ein hatte ich in blau und könnte das deiner sein erkennst du vielleicht noch die flecken auf dem rücksitz nein meiner ist nach polen gegangen ich glaube der sieht doch entweder noch weniger aus als der ja gut wir haben 27 minuten die letzten folgen waren viel zu lang also heute mal eine etwas kürzere und dann geht es beim nächsten mal mit dem pui weiter macht's gut bis denn ciao bye bye tschüss